es war ja scheiße teuer es geht eigentlich es ist fast ein es ist teurer als ein neues spiel es hat nur ein mikrofon hat mich erst mal angeguckt wie ich die passivkarte gerufen zweimal 20 bitte wenn es nicht einmal nein zweimal schlecht als ob die verkaufen wieder so damit die dumm machen jetzt ist mein stuhl weg meine schwester hat ihn rausgetragen das ist echt kacke jetzt muss ich nämlich jetzt habe ich die verlierer position soja ich bin doch der idee der dreist ja erst mal am land werden ich habe jetzt eine kiste hier wohnt kein stück besser warte jetzt noch mein ach genau in deiner ecke immer noch diesen sitzsack-gymnastik-dingen-kugels nicht laden wie immer die silencer ja zum vierten mal es hat nur 30 Sekunden Zeit jetzt werden meine Becken noch schnappelnd so Falten damit man höher geht was für Sounds eine Schale mit meinem Tee drinnen gut lag Kein fünf Sekunden. Was ist das? Ich glaube, ich habe einen Fingernagel am Kinn. Also, also, Börse weg. Oh, scheiße. Nein! Nein! Was soll ich denn jetzt machen? Zufall! Eigentlich muss ich einen anderen nehmen, ja. Scheiße. Ich nehme einen anderen. Wen soll ich denn dann nehmen? Zufall. Zufall. Einfach so random drücken, so. Mach den hier. Ne, ich, ich. Ich will mal ihn ausprobieren. Zentower? Naja, Timer-Saw. Er will, dass ich Timer-Saw nehme. Oder ich mache einen Silencer, wenn man hier bin. Nimmst du Dingensinn, aber ich muss dann einen anderen nehmen. Jo, okay. Gut. Nimm ich Timer-Saw. Ich hatte ja die Chance, den zu nehmen gerade. Ich hatte ja die Chance, den zu nehmen gerade. Natürlich so unwahrscheinlich, dass es eigentlich passiert, aber jetzt ist es passiert. Oh, das ist ein guter Cast. Äh, Cast sind die Sauber. Also mit äh... Ist das eben mit Cooedown? Oh, gut. Cast. Er braucht, äh, einen guten Tank mit guten... Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Weißt du, was er geschrieben hat? Oh, nicht... Nicht... Oh... Lales... Wait! Ich will hin... Ich will nach unten gehen. Ich gehe nach unten. Vor allem, wer würde sich... Schiene nennen? Oder Schi nennen? Schi nennen? Haben wir keinen Kurier? Nö. Guck ich den halt. Wie geht das? Wie geht da? Wie geht da? Wie geht da? Wo soll ich ihn denn nennen? K-K-Karottenkuchen. 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 K-K-Kram Burger. Oh! Der war blau, wa? Was? Da, wo ich stehe. Soll ich zu dir kommen, oder? Nö. Jetzt schon blau. Mal sehen, ob ich gleich eingepingt werde. Ich gehe nach oben. Hallo. Was macht der da? Mach den fertig. Jetzt nicht. Er macht mich fertig, wa? Nein, sonst geht er. Jetzt geht er. Er ist tot. Na, er ist auch tot. Was für ein Anfang. Was für ein Anfang. Jetzt gehe ich nach oben. Sollst du noch alleine oben sein? Ich weiß es nicht. Nö, anscheinend nicht. Nö, jetzt gehe ich nach oben. Komm einfach hoch und so. Ja. Ich hab dir die schnellen Zeit gesehen, wie er mit einem gleichen Baum gesneakt war. Ja. Ja. Ich hab dich nicht so lange da rumgestanden, ja? Um den noch ein bisschen anzugreifen. Hätte ich das besser machen können. Oh, guck mal da, weil der ist. Ach. Mach Skills. Nö, 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 nö. Mach keine Skills. Nö, 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 nö. Mach keine Skills. Nö, 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 nö. Ich hab dir eine Hälfte ab jetzt oben mal. Nö, 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 das war ich auch. Nö, 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 warst du nicht. Nö, 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 nö. Nein. Ich werde mal aggressiv spielen. Weil ich der Fancup habe bin, Alter. Stirbt der? Wenn der kein Skills macht, ja. Das wär richtig Knorke. Scheiße, er ist nicht tot. Alter. Der ist hinten noch. Nö, nö, nö. Übelst nicht. Er ist tot. Nö, nö, nö. Nö, nö. Guten Abend. Du bist so ein SDS-Dealer. Ich hab ihn gekriegt. Nö, 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 nö. Ich wollte ihn doch ja nicht haben. Der sollte nur auf jeden Fall sterben. Jetzt hol ich mir meine Tangos. Ich finde, dass ich ihn immer wieder machen kann. Razer hat, äh, Eismann gemacht. Und, äh, Platzicker. Alter, er ist tot, er in 7 Sekunden. Wie geil geil ist das? Gagagagal. Zylenzer ist wieder übelst cool, wa? Jetzt, du bist der Cheater einfach. Kannst du ihn machen? Nö, ich kann nicht ran. Er ist tot. Ich hab keine Mana. Hm, wie geil ist denn das? Wenn ich Mana gehabt hätte, wäre ich tot gewesen. Hätt ich mir meine 3 machen können. Achso. Aaaaaaah! Ich sollte dir sagen, wenn ich sowas mache. Du sollst erst mal in den Inventar gucken. Nö. Vor allem. Genau gleichzeitig. Was für ein Spiel ist, ja. So üh, jetzt schlecht einfach. Oh, nee, ey. Erstmal der Pigfin-Arsch. Ich bin als erster gestorben. Hab ihn weges mitgerissen. Und dann ein Double-Trank, Alter. Läuft ja alles perfekt hier. Der ist schon wieder voll. Der ist schon wieder zu Ende, wa? Was? Der Mana-Trank. Der hat doch übelst lange gehalten eigentlich immer. Eigentlich schon. Ding-Ding! Das ist cool. Lass ihn einfach. Das geht immer. Warum? Erstmal keinen treffen. Tut mir leid. Ah! Ist mir egal. Wirst du kurz stark? Das geht nicht als Skill, Mann! Wenn du ihn nicht selbst drückst. Was? Sein Rückenl? Wenn du nicht drückst. Wenn ich dachte mir, ja. Einfach nur ein passiver Nucken-Skill. Scheiße. Nö, du bist scheiße. Scheiße. Ob es eigentlich Spielmorde kommen wird. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ihhh. Diese komplette Edition. Wow. Halt ihn! M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. W-a-s? Der macht alle! Der war nicht. Oh, Raser. Oh. Dumm! Ich schwende keinen Mana hier. Ich schon. Nur, dass die keinen Mana mehr haben. Dein Kurier kommt. Dein Kurier kommt. Der wird einfach immer noch angegriffen, wir kommen schon in den nächsten. Hör auf. Es geht! Er macht genau den Turm, da wo ich ihn gemacht habe. Das war geil. Der Turm ist schon fast tot. Das war geil. Ich will die geile Rave-Rave-Draiser. Oh, der Draiser hat er gemacht. Endlich. Aua, kein Schaden. Jaaa, nimm das. Was willst du bei mir, Kreeb? Das greift mich einfach die ganze Zeit an. Der erste Kreeb, der selbstständig gedacht hat. Und der wurde getötet. Ich kriege alle Lastsätze, wa? Ich mache meinen Bewegungsgericht. Ich muss irgendwie so eine Stimme einblenden. Diese Stelle konnte ich jetzt für alles nehmen. Oh, scheiße. Ich lasse die Skills benutzen. Nein! Nein! Da war kein Baum, einfach nur. Ja, ihr merkt. Das war toll. Ist das mit mir das hier? Pass auf. Ich mache meinen Bewegungsgericht. Genau, geh denn noch rechts rein. Der Rizzleback kommt und verlangt es dann tatsächlich wieder und bist wieder tot. Ne, ich würde ihn übelst machen, wenn er lehnen ist. Es waren aber drei Stück. Schon wieder richtig staunen. Ah, der hat Razor gemacht. Razor ist übelst das Problem. Kind. Ah, da ist, äh. Deine Merzler, wa? Hm. Ja, oh, ich habe den übelst gut runtergekloppt. Ach, du warst das. Ah, mein Skirt, die hat uns halt nach unten gefressen. Immer den da töten. Sei, sei, gut. Ah, kein Mana. Ich habe die ganze Zeit kein Mana. Jetzt schauen wir jetzt übelst. Ja, der ist tot. Er ist tot. Bitte hilf mir. Ja? Ja, der ist übelst tot. Aber ich hätte es abkriege. Den lassen wir zurückgehen. Lass mal nach unten gehen. Lass mal den Stock rufen. So, und jetzt nach unten gehen. Das schafft er nämlich nicht. Er ist gestorben, wenn er sich bewegt hat. Da kommt Razor. Ja, der ist tot morgen. Wir sollen weggestreiten die doch. Ja, ich weiß. Ja, geh rein. Du musst gewaltig. Ach, die Tür wieder zu. Hörst du, wenn er nicht... Ghost, Ghost. Er besitzt kein Skill. Er stirbt so. Ich habe ihn gemacht. Ich hätte ihn auch gemacht. Oh, ich habe 168 Schaden verloren, wa? Ich habe nur 61. Ja, der hat die ganze Zeit verbunden einfach. Aua, Aua, ich bin tot. Ich will es nicht. Er ist extra sein Ulti verschwendet für mich. Glitter der Magnitudine. Also die Tududududududududududududududududududududu Hein Ein preservlich außergestellung Ich werde so viel in Ordnung Ich möchte den Müller Im Wald, links, das Razor. Im Wald, links! Er hat keine Mana mehr vor irgendwas zu machen. Er hat ihn stärker gemacht. Das macht er ja kein Leben mehr weg. Scheiße. Scheiße, ich drauf. Sicher? Eigentlich nicht. Ich hab leider kein Mana. Wenn dein Wald wäre, wäre der Guti gewesen. Oh, fuck. Oh nein, ich darf nicht so lange an ihm dranbleiben. Fuck, ich hab übelst Mana verschwendet. Ha, letzter! Greif ihn an! Ich konnte ja nichts machen. Ich hab keinen Mana, einfach nur. Ja, du bist dumm. Der denkt... Der ist jetzt stark, weil er mich entzogen hat. Die sieht ja doch ganz cool aus. War der Neue da? Ja, eigentlich schon. Als es halt 25 Euro war. Ja. Ja. Ja, natürlich. Hat er dich erwischt? Ja, genau die Spitze noch davon. Oh. Nur aufpassen. Nicht hingehen. Er schätzt einfach perfekt ab. Und er stirbt. Er ist nicht gestorben, weil er nicht abgeschätzt hat. Jetzt stirbt er. Ah, zurückziehen. Ja, brauchst mir keine Anweisung geben hier. Doch, doch, doch. Ich bin der Meister. Ich hab Ur-Uhr alles gemacht, Mann. Fuck. Ich dachte, er macht was. Ah, ne, er löft nur weg. Das war gut. Ich bin nicht gestorben. Geht's schlecht so. Eigentlich wollte ich meine Eins nur in die Menge machen, so. Die haben gerade alle von uns gemacht, einfach nur. Genau. Lauf auch noch hin. Genau. Versuch noch Razor. Oh, und jetzt deine, dein guter Kreis noch machen. Dein Kreis. Jetzt lauf einfach weg, weil du keinen Schaden machst, Mann, du Noob. Black King war aber jetzt nicht scheiße. Nur um das zu verhindern. Mit Geschwindigkeit. Mit Geschwindigkeit. Du bist so, warte. Fick mich einfach unten und geh einfach mal in der Mitte. Da. Fick ich mich am besten. Richtig in der Mitte. Jetzt komm ich nach unten. Hahahaha. Hahahaha. Nur weil ich's kann. Ah, nur Razor getroffen. Hahahaha. Das ist Sinn, ja. Die werden uns gleich überraschen. Hey, da waren drei. Man sieht nur ihn. Hallo. Er ist tot. Ja, verlangsame ihn. Ja, fuck. Oh. Ich glaube, dass ich ihn nicht mit dir nochmal mitgetroffen habe. Ha! Wie schlecht ist der denn? Ach, ich komm leider nicht hin. Ah, leider. Wir können den Turm übelst machen? Ne, ich will's nicht machen. Er ist, glaube ich, tot. Weil er keinen Skill benutzt und so ist. Er ist nicht gestorben! Hua! Ich geh zurück. Falls ihr in der Action seid oder so. Oh, weil's mal zu eng wird. Da vorne ist Tinker, okay. Tinker ist kacke Wunderskills, aber ich habe nicht nur für ihn. Für ihn schon. Ich dachte, fang die Action an. Ich bin der beste Salander in der Welt. Den merkst du schon, ja? Ja, den merkst du schon. Ich mag den eigentlich. Da haben wir eine Mensa. Das ist eh kein Ding. Ich bin der Sprecher. Aha, da kommt der Scher. Ja, das ist Glau. Nicht du. Da ist Razor Ich kann ihn nicht angreifen Ich hab wieder mein Ding hier spackt Oh, da stirbt so Ja, dann muss ich Da kommt die Treppe hoch Aua Du hast einen Skill gemacht Wenn die Mensa will Einen One hit Nee, er macht dich so starker Siebchen Gold Und extra Erfahrung Schäger ist gut Unser Top Tower ist an der Attack Das ist echt scheiße Ja, das ist echt scheiße Ja, jetzt verpiss er sich auf einmal Verstehe ich nicht Aber so haben wir ihn auch nicht gesehen Oh, Illusion Na komm, ich nehm die mal Alle Oh, da kommt Wazer Oh, da kommt Wazer Ich sehe ihn auf den No Scheiße. Why you run? Orange ist tot. Deswegen, na dann. Ja, benutzt Skills. Oh. Hey, ich muss wenigstens nur nicken, Ghost. Wenn ich nichts mache, dann sagst du was, aber wenn ich mal so nicke, dann weißt du, dass ich gerade aufnehme. Sie weiß ja, dass ich aufnehme. Sie respektiert es. Oh, ne. Ich glaube, Silent ist echt scheiße. Der Checker ist eigentlich wirklich so schlecht. Der ist ein bisschen YouTuber. Mach doch denn das Große! Genau. Wenn du meinst, hast du Sturm, natürlich. All die Sturm, sagst du. Ja, ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Oh, jetzt bist du da. Jetzt kann er das schon mal machen. Jetzt ist das Highlands und der muss das ertragen. Hat ihn aber nicht tötet, glaube ich. Wenn er mich festhält, dann stuffe ich mich einfach irgendwo hoch. Oh, hier unten sind zwei, wa? Weißt du, was das Luteun Racer ist? Dein Festhalten wurde schon so gemacht, dass es schwächer ist um Längen. Und jetzt sieht trotzdem noch so viel raus. Die Stärke. Angriff. Boah, der ist fast getötet, wa? Da war Braun. Ah! Der ist nicht in Bomben. Scheiße. Das sind komische Raketen. Ich renne. Ich mach die nicht. Ah, jetzt sind wir getroffen. Getroffen. Pikachu? Oh, der ist ja mir vorbei gelaufen. Mit der Torre stirbt. Oh, der ist ja mir vorbei gelaufen. Oh, der ist ja mir vorbei gelaufen. Ich geh. Wir sind nicht selber hier. Oh, der wird sie nicht in der Stadt. Was, was auch guidet? Doch, man sollte آlets aufrufen. Fertig. Aufgelachen. Nee, no. Er hat aber Jutli gehorchen. Oh, die haben noch ein Wort stehen. Ich glaube, wir haben es schon verkackt. Das war mal richtig geil, er beschätzt war. Oh, hat er nie gereicht. Oh, ich bin tot. Jetzt nicht. Da waren auch noch welche. Vieles mal ein paar Tote wieder. Ein paar Loosers. Schnee, wenn ich nicht hab. Wie gesagt, vier Sieger haben wir jetzt. Ja, muss auch mal einmal sein, dass wir verlieren. Der Winstreak war... Ja, nur Glück. Hat noch Platzsieger da? Das ist 20 Uhr. Oh, ich glaube, wir haben wieder auf die Schuld schieben, dass er nicht Bröselbeck bekommen hat. Da hast du. Ja. Muss ja. Hat man einen normalen Pfeil oder hat man einen Dota-Pfeil? Einen Dota-Pfeil? Na gut, du kannst gerade meinen normalen Pfeil. Ey, das sah ja schon scheiße aus wie das Spiel. Ah, jetzt hab ich einen Dota-Pfeil. Oh, da ist ja auch kein Turm mehr. Aber... Renne! Nach da! Oh, ich sterbe noch, wa? Nee. Unten ist der SD-Turm. Nur wegen Raser. Ohne Scheiße, ich bin nur ganz zufällig hier. Immer. So eine feige Sau! Wer? Na, hier, Tinker! Tatatatang, Tinktang. Tinktangtang! Mann, warum ist er nicht hergerufen? Ich schreibe! Pikachu? Warte, geht ab. Schreib dir mal genau, oder? Warte. Warte. Ja. Warte. Wie soll ich denn dir schreiben? Ah, ich bin... Geschäftsmann. Naja, merk schon. Oh, man hat ja auch oben seine Ultie gemacht. Guck mal, wo ich bin. Wo ich hingehe. Und wo ich hingehe. Der Apparat oben auch. Der Apparat. Pikachu? Joe? Alter! Ich will jetzt aber nicht gucken. Ah, kacke! Böse Beck! Hallo Böse Beck! Ah, der hat auch noch hasst. Sahas. Sahas, Halla? Oder Salami. Ich denke natürlich gerne essen. Ah, der Name ist echt kacke! Ich denke jetzt Salami. Irgendwie ganz unsichtbar war. Oder hat der sich jetzt umsichtbar gemacht? Hat der sich umsichtbar gemacht? Hat der sich umsichtbar gemacht? Hat der Jungle Creep klauen, wa? Oh, unten ist gerade auch kacke, wir haben verloren. Witz nicht. Ah, wir verlieren! Ich sehe das schon kommen. Ah, ich witz nicht. Also immer noch so ein schwarz-Bleit zu einblenden. So. Hahaha. Du willst nicht. Warte, mir könntet alles noch reißen, man. Jetzt seid ihr in der Mitte, oder was? Oh, du stirbst. Ich schaue immer Zeit. Das auch und den hier. Aber besser konnte ich sie machen. Ich war so, er übelst cool von mir eigentlich. Ich könnte meine Aktion gerade übelst geil. Der kann übelst gut verbinden leider. Aber wenn du Skills hast, dann macht das nichts. Das war richtig gut. Du hast keine Angriffe. Mach lieber keine Angriffe. Er ist durch den Turmischdorben. Jetzt nur noch Earthshaker. Kaka, 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 kaka. Er ist auch tot. Wird ihr da mal nicht so sicher? Doch, der ist tot. Sicher? Ja. Ah, der musste laufen. Bleed your life. It's the final man's. Nananana. Mach dir mit Tiltum. Denn der ist richtig sexy. Jaaa. Nananana. 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 Jaa. Jaa. Na. Na. Nananana. Nananana. Nächste Mal. Was für nächste Mal. Hä? Wir haben keine großen Vanguards. Naja, ich hab's trotzdem. Es wurde mir vorges- situationsbedingt. Das macht mir übelst. Bl- bl- blinkt Bloodstone. Ne, äh, was willst du mit'm Blinkding auf? Ah, da hat er übelst die Fresse bekommen. Ich bleibe schon mehr halbvoll. Fuck. Was geht? Jetzt hatte ich Mana. Wir haben aber auch so ein bescheuertes Team, hehehe. Na ja, ich hab's eingeleitet eigentlich. Ja, du bist der Arsch. Er ist tot. Er ist tot. Stopp, wie geil, wie geil. Achso. Nur wenn du nicht bloß weggekommen hast. Ja, das ist echt schlimm. Und wir haben immer gewonnen. Wir haben immer gewonnen. Oh. Jetzt reicht's mir ja. Der hat einen Blinkdecker. Das war eine Aktion, Mann. Oh, Mann. Oh, was? Ich bin tot, leider. Du wirst nicht mehr von mir! Ah! Ah! Was? Ich bin immer noch nie, meine Mutter, weiter. Ich bin immer noch nie, meine Mutter, weiter. Das schlägt mir kurz zu essen. Essen wäre natürlich richtig geil. Toll. Ja! Schaffen wir jetzt etwa den zweiten Turm? Nee. Oh, der hat echt sein Ulti gegeben und läuft weg. Macht ihn das aber auch nicht. Oder? Oh, doch. Ah, jetzt ihn noch. Der ist scheiße. Und der bleibt in... Oh nein, der stirbt. Ah, gut. Der kann Kuhn. Jetzt einfach nur auf den Dreck-Turm. Und du. Yeah! Ich bin halt der Beste und so. Oh, muss man im Fünferteam mit jedem Finger einem spielen. Fuck! Oh Mann, was? Schon? Nee. Doch. So gesehen, ja. Weil er wieder so unglaublich viel Stärk kriegt. 224. Das war nur wegen seinem Echo-Slam. Ah, kacke! Ah, er ist leider gestorben, deswegen. Oh, leil. Oh, schon wieder... Nee, lel war das andere. Oh, was? Das ist ja auch noch einer. Ah, du bist tot. Ah, ich bin tot. Ich bin nur auf Shaker, weil ich mir jetzt gesteilt. Kann ich mal schneller beenden, ihr. Nee, ist doch so. Bende Bender ist schlechter als du. Ey, von den... Nein, von den Stats-Sets her. Ja, ich weiß. Und er ist Level C-12, wa? Watt, bin ich 15. Watt. Oh, Apparat ist 11, Alter. Ich kann noch alles reißen. Ich... Oh... Ja, sondern die mehr. Ey, ich bin immer sofort tot. Ah, die Plazika. Plazika kann das auch reißen. Wenn er mal Stärk wird. Stärk. Er hat Sange und Jascha. Und hat sein Schuh nicht umgeschalten. Kann man ein Schuh nicht umschalten? Ich mach braun. Anscheinend mach ich doch nicht braun. Ja! Ahaha! Was ist passiert? Oh, ja. Roshan stirbt. Ja? Und genau dann kommt Platzsiker rein. Ja? Wüsebeck dreht sich um, will Platzsiker machen. Platzsiker macht ihn. Nimmt das Ende... äh... 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 Ich krieg Schaden. Wegen... Er ist unsichtbar und hat eine Wolke gehabt. Hey, ihr seht den Effekt bei mir. Oh! Da ist er. Da, die Wolke ist immer noch abliegen. Mach deine Säge, Mann! Verdammter Kaka! Ah ja! Oh! 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 Jetzt stirbst du! Böh! Doch! Das war gut! Doch! Ich hab wenigstens versucht! Na schon! Ja, übelst kacke! Ich hab seit wann Britten Bloodstone aus dem Swirlwing gemacht! Warte! Ich kenne endlich das Rezept! Ich muss nur sehen! Ja, das ist neu! Das war irgendein Point... Das war aus... äh... Pervers, oder nicht? Ja, übelst pervers, ja! Scheiße! Was soll denn das hier? Hier, hier, hier! Hier! Er ist doch... Er kann doch stark werden! Er könnte alles reißen, wenn er will! Naja... 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 Das hat er verkackt! Aber ein Skybasher! Ja... Wow... Können wir auch holen! Oh, er hätte sich schon bessere Items holen können! Ich will den da machen! Er ist auch noch Level 14! Oh, oh, den da! Oben! Wer ist, äh... Schwächer? Der unten! Der will mich nicht immer gleich zur Mauer machen! Was? Wer ist denn? Der ist definitiv tot! Da bist du! Du willst nicht! Ich bin tot! Ich bin tot! Ey, warum?! Wenn ich einmal getroffen werde! Einmal! Weißt du? Ich habe mich selbst getötet, weil ich ihn angegriffen habe! Oh, fuck! Oh, na, na, na! Er hat dich nicht getötet! Warum nicht?! Ich weiß es nicht! Was hast du? Vielleicht hat er dir ein Mitleid! Vince... Ich habe gedacht, du hast Ahrenrenreifen! Hast du scheatetet? Eh... Ich habe keine Ahrenreifen oder was? Ich habe mir jetzt Bloodstone! Was ist das? Nein. Ich habe erst den anderen Shit! Den teuren Shit! Ja, du brabst so nicht... Ich habe gerade 1, 2, 3, 4 Gold! Ja. Das ist cool! Achso, vier Zahlen, ja, das ist gut. Ja, hm. Da kriegst du Kicks. Und wann? Ich muss wife dir irgendwann schicken. Wow, hab ich mich geil geportet. Ähm, nur noch die nahen Türme. Ich hab mir echt einen Scroll dafür gerufen. So lange wie der Datacastet, der fliegt auch zu Fuß schneller. Ja. Das ist nur Venemenza. Venemenza. Er ist tot. Wenn er sich jetzt hochpusht durch den, ne. Oh ja, er hat auch reingemacht. Na. Oh ja, hm. Ah, 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 ah. Lass mich hier lang gehen. Yes. ... ... ... ... Er hat ihn wieder stärker gemacht, er. Der hat das bis jetzt nicht erreicht. Ich glaube, sieben, zwölf. Explodier nicht. Okay. Explodier nicht. Ha. Fucker. Ha, explodier, macht dich einfach wieder unsichtbar. Ah, der hat die Rune, hier sammelt. Das tut sich gut. Warum hat er sich explodieren lassen? No, er hat es einfach verkackt. Oh, was denn da rum los? Ich bin tot. Er hätte es lieber für einen, äh, zwei Nutzen sollen. Hm. Ich habe oben den Turm angegriffen, der ist fast tot. Ja, das ist. Und, no. Jetzt kann ich mir einen Point Booster kaufen. Ich brauche ja gar nicht, dass ich da hole nicht mehr. Was macht er überhaupt? Ach, die Dauer. Yeah, ein Skill, den ich... eh nie verwende. Hm. Ich werde das nie wieder machen. Für seinen Lenser komme ich nie wieder an dem Zepter. Mach's dir eh wieder. Ja, ich weiß, weil es ja mein Skill verbessert. Hm. Ich bin tot. Willst du nicht? Nein, ich kann mal weiter an. Warum macht Blinken keine Entfernung von Latsika? Nein. Ah, das war natürlich kacke. Mua. Ah, jetzt sind alle wieder in Sturm. Und ein Dägen. Mit Apparat stirbt jetzt wegen, äh... Giftschorn. Und ein Dägen. Er macht's einfach zweimal. Aber nichts. Erstmal kacken so. Mua. Hm. Ich habe mich verdrückt. Alle gucken dir gerade so. Jo. Malte auch gerade, Mann. Herr Tinker ist halt so unglaublich schwach mit seinen normalen Angriffen. Das hat sich bei denen auch. Oh, was war's? 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 Ja, das ist eigentlich besser, falls ihr nicht noch mal jemand rein könnt. Oh, was war's? Ach, was war's? Eigentlich will wir wieder gar nicht alles hinter Kofen. Was war's? Kofi, mir ist der Black King-Bar-Mann. Hm, dann bis morgen. Ua, ua, Rales. Haha. Jetzt werde ich wieder vergessen. Oh, ich freue mich übelst auf Darkseid 2. Ich bin jetzt cool. Ich bin jetzt cool. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Spielt ihr denn jeden Tag durch? Hahaha. Was sehe ich nicht. Nee. Geht euch auch nicht wahrscheinlich. Wenn 3,8-Gier bei Darkseid 1 war. Und dann 10. Ey, 10 einfach. Muss ja übelst mehr sein. Genau, Blattziker. Mach jetzt einfach ihn da. Dann hast du schon geschossen. Hm. Dann jing, 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 jing. Wie ist Hunger? Danach machen wir kein Match mehr. Nee, danach ist Schluss. Für immer. Nee. Okay. Hahaha. Hahaha. Das ist Pink. Nein, zurück, zurück, zurück. Was? Zurück. Wer denn? Hat er da? Ja, er muss ja auch Jungen und hm. Was war denn das? Hier ist der Tomatim. Okay. Ne, 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 ne. Dann geh nachher. Nein, 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 nein. Er geht rein. Oh, nein. Komm zurück. Ich habe dich gerettet Übelst nicht Ey doch Ich habe mal was getan Boah, der hat mich aber vernichtet Das war cool Er stirbt jetzt Das ist jetzt auch cool Er ist auch tot Oh, der auch eigentlich Wenn der draufhalten würde Wenn der draufhalten würde Er ist so unglaublich schwach, leider Er stirbt wegen dem Tor Yeah Unsere Tor sind die Besten Die haben schon ganz viele Vendementors weggemacht Einer von uns kann sich zu Zurückkaufen Auch wenn ich mich zurückkaufe Ich habe nicht Eismann könnte sich zurückkaufen, aber übelst Der hat fast 2500 Gold Ja, wo ist es nicht? Hat er auch, oh, fand ich auch einen Rauchdrucker rauben Ja, er kann die Übel zurückkaufen Aber er macht es nicht Nee, die auch nicht immer Hat er auch ready gemacht Weil die unsere Barracks angegriffen wurden Dann wäre es zwar wie ein Stormer, wäre es mal ja Heu gewesen Muss erst mal Zeit schinden Äh, äh Dann haben wir schon verschissen Weil Apparatkacke ist Und ich Wenn ich viele sehe, dann bin ich nicht so die Zwung, meine einzigen zu machen Das kann ich nicht Das sind mega Creeps Alter, mein kleiner Finger ist eingeschlafen Wat geht ab Äh, wat geht ab Ja, was ist das? Es sind nur... Es sind sogar Nahkampf-Creeps Ja, genau, fachschwinde wieder dein Ulti dafür Der ist relativ schnell wieder ready Ja Wo ist ne? Wird ziehen Oh da, das stimmt Ja, 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 aber trotzdem wieder Creeps Ich hätte einfach die ganze Zeit in den Mittelgang gemacht Ich weiß nicht, dass die eben... Das stimmt, bis zur Basis so Ja, und dann durchziehen, dann werden die... Ja, ist Geist Gearscht, meinst du? Geist Ja, au Dann werden sie gearscht Dann werde ich zwungen Es ist Venemenza Oh, ne, der ist nicht cool Oh ja Er hat schon viel Leben, er rennt einfach Ja, alle sind tot und die drücken heute Er stirbt Er stirbt Ich auch Ach, das ist ein Ulti Ja Ich höre seine komische Armee Ah, da ist er ja Da gehe ich ja nicht hin jetzt, ne? Ah doch, Lamanien Stimmen alle Ah, ne, nicht durch Razor Ne, 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 ich gehe weg Die Mod ist geil Ja, Laker Team Ja, Laker Team Ja, Laker Team Ja, wenn der Steigste weg ist, verziehen sich alle Haha Zwei Säcke Oh, hallo Hier mit dem Führer He Nein Du bist so ein... Nein Nein, er hat gerade die ganze Zeit zu uns gekommen Wirst du? Die ganze Zeit einfach Die ganze Zeit einfach Willst du den machen? Der kann den übelst machen, wa? Ja Und der Kommen wird drauf Ja, das ist die Silenced Und die Kapitän ist dealt Das ist halt nischt Ja, das stimmt Das noch einer, die lernt es wahrscheinlich jetzt ja noch nicht Ha, Skullbasher An sich hätte ich ihn noch nach vorne gestuffed Das wäre auch müde gewesen Glaube ich Ja, jetzt glaube ich unterbrochen Du musst leider zum Secret Shop Die Creeps kann ja mitreisen Ah, kam eigentlich nur da gar nicht, ich hab da auf jeden wegen den Secret Shop Ah, ich scheiß auf das Hey, warum sollt ihr das verlängern? Wie lange hält das? Sechs Sekunden Jetzt hält es nämlich sieben Sekunden hier Ja Sieben Sekunden Das verlängert sich um eine Sekunde Ja Einer mit XD Habe ich schon eh wenig gelesen Sonst immer so Mit russischen Zeichen Ah, ah Nein, nicht auf Creeps Einfach durchziehen Mach so wie du denkst Ich bin so schwach, ja Wird's cool Oh neee Geht da nicht hin Ja 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 Wollt ihr nicht dich töten? Ja Kein Sinn Ja Wollt ihr nicht haben? Na ja, hier bin... Ja, dann küsse ich dir irgendwann Ahn Ich küsse dich denn einfach. Ich wurde von dem Ulti getroffen, aber ich kann dadurch ja nicht sterben. Was machen wir denn heiratest so? Ich bin deine Frau. Jetzt nicht mehr. Dass man durch den Ulti wirklich nicht sterben kann, der ist nämlich ja nicht zu stark. Wenn er so gut atmet, Alter. Ich mach jetzt den, Alter. Jetzt bin ich stark. Ich bin scheiße, bin ich. Du musst nur mal hergucken. Jetzt darf ich den irgendwie nach vorne. Der fette Kühl gibt mir übelst immer wieder den Uppercut. Oh, jetzt nicht mehr. Scheiße, ich hab verkackt. Ja, hast du wirklich. Ja, Scheiße. Oh, oh, oh. Das ist nicht schreimend. Der Dinger lebt wieder. 25, ich bin über 20. Ich bin über 22. Das ist cool. Wenn ich mir jetzt das Level 18. Boah, das war gut. Ja, zu den beiden Turmen lenken. Genau. Haa, du. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, ich gehe noch weg. Ich gehe trotzdem weg. Er ist übelst tot. An sich wie ein Platziker. Ja, wir müssen noch zwei Minuten warten, ich hätte da mehr Damage gemacht. Wir sind fast gerettet, weißt du das eigentlich? Ich? Ja. Die wollen einfach nur noch pushen, das ist deren Fehler irgendwie. Auch wenn die teilweise mehr schaffen und so. Ah, dadurch sterben die einfach nur. Da ist er jetzt. Hallo Braun. Das ist natürlich scheiße, aber kann man nicht verändern. Ja, da echt die Blatze, ich weiß nicht wie weit er weg war. Ich werde ihn denn nach vorne stoppen, Alter. Ich werde eh sterben. Ah, alle sind tot. Ich habe hart auf Terrasse, Mann. Ich wollte mir eigentlich Platz tun machen. Verteidig ist gut, aber wie... Kann man nicht immer machen. Ne, ne, nicht alle go. Einer muss verteidigen. Zwei mehr zu verteidigen. Einer muss verteidigen, eigentlich. Ja, gut. Ich kann das nicht verteidigen. Ne, das Ding stirbt. Bäh. Die Dinger brauchst du jetzt nicht. Nein, die kriegen dafür genial aus. Und die machen die Laste davon. Ja, das kenne ich schon. Hm, der hat die Dinger gebufft, dass sie sind, oder? Der wollte ich wirklich gebuffen. Machen die jetzt alle mehr schauen? Ne, äh, nicht. Wir hätten so gut pushen können jetzt, ja. Ich weiß. Oh, ne, 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 nicht pushen, ne, ne, ne. Ne. Ja, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Jetzt müssen wir wieder verteidigen. Ja. Ja, ich werde jetzt mal zu rufen werden zu sein, falls mal ganz viele da sind, das wäre so perfekt. Da oben ist Tinker. Lass mal Tinker machen. Ja, nur wenn ich dabei bin. Ich kann nicht nur das stuffen, dann kann ich nicht mehr bauten. Für diesen Moment halt. Er ist ja erstmal confused. Was ist Brüsselbeck? Gesehen, sind alle da. Ich kann dich mal verpissen, Brüsselbeck. Wir sind Speesturm. Ey, das ist gut. Ich weiß. Wir sind nur 20. Nein, nein. Wir sind nur 21. Da war Dingens. Ich weiß das. Verteidige mal da. Der Gute ist, wir können eigentlich so unendlich verteidigen, dann wird meine Intelligenz gepusht. Verstand. Du wirst immer stärker. Ich werde immer stärker, auch wenn ich nicht töte. Da ist Razor. Nicht ein Whisperer. Ich wollte ihn stuffen, weißt du? Dann wäre er nämlich hier die Klippe runtergestufft. Was für ein Geld das gerade gemacht hat. Ist das jetzt verkaufen oder dann das hier? Apparat bleibt stehen. Nein, nein, nein. Beide? Äh. Apparat stürbt. Razor war das am Schluss. Ich komme gerade sogar jetzt. Ich habe nicht, dass das zurück soll. Da ist Razor. Der hat ein böse Asylblatt, Mann. Ah, süß. Ich habe gerade zwei gesteilt ausgesehen. Ah, das ist mir egal. Dann werde ich noch, 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 noch nie stärker. Da-dam, 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 da-dam. Ah, der stirbt durch Creeps. Der hat Radiance auch noch, wahr? Ich werde jetzt pushen in der Mitte, Mann. Ihr pusht, ich partei noch. Ach so, ich habe schon längst meinen Kanzel drin. Schon lange. Ich push doch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob welche im Shop waren. Ja, komm zurück, komm zurück einfach. Der blinkt ja alle. Hi? Ja. Da sind sie. Ich wollte nur den Creeps weg fahren. F, F, F. Ha, ha, ha. Y6 in oben. Oh, den noch Creepers Guard oder so? Hat die einfach alle dann so ein Panik-Sinn? Ich mache mir gerade Creepers Guard. Oh, mein Gott, auch noch mal Creepers Guard. Dann kriegen sie Damage-Damage. Und verlangsam, verlangsam. Und ihr kriegt 30 mehr Intelligenz. Dann mache ich mehr. Auch wenn die Orchidee nicht scheiße wäre. Was macht die Orchidee nochmal? Da silenz dein Gegner. Oh, mal noch einen dazu, noch mal übelst. Ja, ja, das weiß ich auch. Ich wollte nur die Zusätze wissen. Und zusätzlich Magieschaden, glaube ich. Ich weiß nicht. Die Orchidee wäre natürlich auch nicht Kaker-Kaker. Oh ja, der ist leicht. Den mache ich mir. Was, die Orchidee? Die Orchidee, ja. Das ist ja nur der Stock und so. Ja, Stock, Stock, Rezept. Und hätte die Mana-Arena zum, die brauche für meinen Instant 2. Komm einfach zurück. Da haben wir was drehen lassen. Oder so. Äh, verbraucht ja unnötig Mana. Ne, so schwach ist der ja auch nicht. Ich habe auch keinen Mana. Ich hätte mir Platzthorn holen sollen. Kannst du einfach noch machen. Ne, jetzt hole ich mir erstmal Schiefer's Guard. Habe ich schon mal das Rezept? Oh, oh. Ach, der wollte mich anrotzen. Der wollte sich mal zurück. Der will dich anrotzen. Jetzt kann er herkommen. Hier, dass ich, äh, gelingen lassen habe. So. Ich bin zu dem Sturm. Ich kann mich nicht zurückkaufen. Okay, äh, hör dich gerade leider nicht. Tut mir leid. Äh, kann er? Was? Man liebt die Medikamenten, die wir auch schon aufgehend haben. Oh, 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 oh. Ach, das ist der XD-Mann. Der schlechte XD-Mann. Der Benno-Manser. Alter, der ist so stark, ja? Ja. Äh, Shadowfiend hat jetzt einfach so viel Speed drauf. Komm, Racer mal einfach so ohne Probleme. Ich geh auch. Ich geh nicht. Na, ne, Racer übelst nicht. Aber mich machen sie auch nicht. Weil, wer mich macht. Ich hab 3200 Leben, Mann. Nein, nicht angreifen. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ich verteidige weiter. Besten AP. Apparat. Ja, okay, dann geh ich weg. Ne, ich verteidige. Ich bin der Juni auch nicht so schwach. Ich bin verteidigen. Ich mache meine Bewegung. Guck mal, was der hat. Der kann nichts verteidigen. Ich glaube, hier ist noch meine Stärke auf meiner 2. Ah, komm hier lang. Ich bin hier. Kacke. Wir müssen das nehmen. Nimm einfach. Da ist noch ein Käse. Er kann sich porten, auch wenn ich ihn wegstuffe. Wie dumm ist das denn? Der portet sich einfach wieder her. Da ist Käse. Da liegt Käse im... Bei Roshan. Ich bin gestorben, weil ich den weggelockt habe. Da ist noch nichts. Was ist denn? Warum war Sanse hat nichts gemacht? Er war ghostfaced. Also. Ich hätte ihn niemals töten können, aber er war da... Scheiss, scheiße. Er hat zweimal gemacht, weil er sich kurz gedingensinnert. Was? Halt doch die Dämein? Ne doch, ich mach das Incent of Razor oder so. Nicht, dass das noch Kraft entzieht. Wiesn nicht, was? Das sind Weg, brauch ich das eigentlich nicht machen. Ah, die Mega-Queeps sind alle gewandert, wa? Dich oder durch ihn? Keine Ahnung. Ey, ich hab zwar immer Laugh Zitz bekommen, aber ich weiß nicht, ob der der kurz dann angeschlagen war. Da war ja echt kindig. Okay, Razor ist übrigens easy. Rolllevel 25. Ich bin instant der Verteidigungsmann. Ich werde instant verteidigen. Hast du schreien? Nee. Ich bin 2-Hit. Ah, geht über's klar. Oh, ich werde über zu Mama eingemacht. Machst du hier? Ich gehe nach unten. Ich gehe jetzt mal an die Bauhaus. Ja. Das ist alles kacke. Hier, die Route. Das ist natürlich nicht so toll. Wir halten ganz schön lange durch, wa? Noch einer weniger. Was? Noch einer weniger. Na ja, jetzt hab ich da. Noch einer weniger. Was? Was machst du? Ich hör doch nicht. Warum das? Kacke, ich kann keine Potting-Score mehr nehmen. Ich sterbe. Warum? Warum sterbe ich? Wegen Gift. Ach, die Türme. Ich hab mich ja nicht auf den konzentriert. Das ist nicht so toll. Oh, ich sterbe wegen Mega-Creeps. Warum nicht jeder? Du bist dumm. Jetzt muss ich ganz schnell ganz weit weglaufen zum Secret Shop, man. Dann habe ich noch den Hammer, der verlangsamt noch mehr Intelligenz gibt. Ich hab auch über 200 Intelligenz schon. Guck mal, was ich hier oben mache. Oh, wo ist er? Oh, wo ist er? Das ist nicht so toll. Ah, das ist nicht so toll. Ah, das ist nicht so toll. Er wird schlicht. Mach ihn sichtbar. Voll, ich bin wieder voll. Ah, ich bin verkackt. Da ist er. Da ist er. Wo, 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 wo. Ich mach ihn dann langsam. Auch noch. Ja, doch. Und noch stärker. Ich wollte ihn nur retten. Ich geh wieder zurück. Zu Baris. Ach, danke. Bin mir voll. Mana hast du nicht zufällig? Hm, hm. Nur Leben. Ah, Leben raus, deine. Ah, war nett. Oh, zurück, zurück. Wir müssen alle zurück. Ich pushe weiter jetzt. Ja, hm. Der Loli. Weiblich. Weiblich. Nidoran weiblich. Ha, ja. Geil. Oh, nee. Nicht so cool. Den schaff ich nicht. Ah, die mach ich jetzt so. Oh, den schaff ich alle nicht. Ich geh jetzt auf den Wolfshaker. Ich bin tot. Da ist Tinker. Ich bin tot. War ganz schön stark. Oh, eier. Guck dir mal die Creeps an. Hab 30 Frames. Oh. Ah, nee. Hat sich nie was geändert. Das ist immer so. So spiele ich gern. Oh, ja. 17, 17, 27. Was? 17, 17, 27. Ja, ihr hieß es. 25. Wenn es IT ist, muss es schnell gehen. Das war über ein 60 Minuten Spiel. Danke fürs Hochladen. Fast alle waren 25. Toll. Toll. Yeah, hat sich ja wieder gelohnt. Das mit den Büchern war cool. Aber ihr Spiel macht dann mal im I-Level ins Stand-Up. Ah, naja. Aber kacke.